Die BISNOTE D&B DANZ-Nummer. Was ist das eigentlich? Die DANZ-Nummer ist ein neunstelliger Zahlenschlüssel, mit dem Sie über 250 Millionen Unternehmen weltweit identifizieren können. So eindeutig wie ein Fingerabdruck. Mit ihr können Sie Datenbanken unkompliziert miteinander verknüpfen. So schaffen Sie eine konsistente Informationsbasis über Ihre Geschäftspartner und potenziellen Neukunden. Sie kennen immer die ganze Geschichte einer Firma, vom Anfang bis zum Ende. Über den Abgleich mit der täglich aktualisierten BISNOTE D&B Datenbank halten Sie Ihre Geschäftsdaten zuverlässig auf dem neuesten Stand und vermeiden gleichzeitig Dubletten. Mit der DANZ-Nummer sichern Sie sich zusätzlich gegen Compliance-Risiken ab, wie Geldwäsche und Korruption, indem Sie Ihre Geschäftspartner und deren Hintermänner eindeutig ermitteln. Sie erschließen verborgene Einsparungspotenziale in Ihrem Lieferantenstamm, indem Sie Geschäftsbeziehungen, Konzernhierarchien und Verflechtungen innerhalb Ihres Portfolios erkennen und schöpfen zudem Ihre Neugeschäfts-, Cross- und Upselling-Möglichkeiten mit unseren Potenzialanalysen präzise aus. Führen Sie alle Informationen über Kreditrisiken eines Debitors zusammen. So vermeiden Sie Ausfallkosten und sparen Kapital und Prozesskosten. Ob im Vertrieb, Compliance, Einkaufs- oder Risikomanagement, die DANZ-Nummer ist die Grundlage für alle Vorteile, die Sie mit den Lösungen von BISNOTE nutzen können. Informieren Sie sich jetzt!